Ja, kannst mich killen. Wir fangen mit der nächsten Runde an. Los, trifft mich endlich! Kill that bitch! So wie er schießt, trifft er dich noch nie im Leben. Frist mich nicht an! Ich treffe dich die ganze Zeit! Wer ist denn Blacky? Häh? Häh? Wob' ich über-Opfer! Wiiiieieieieieieieie! Ein 22 Uhr an wir's. Ja, spring ihn an den Sack! Haa, Leute, was los! ALEX, jetzt kill ihn! Gilt nicht! Mach doch jetzt! So, jetzt! Ich bin hier... Da, pass auf! Ich hab sogar die Taschaellampe eingeschaltet, jetzt musst du mich kriegen! Na, komm! Ich war da aus der Decke, aber meine Schiffe retten nicht. Ich kann ihn nicht töten, ich töte die ganze Zeit. Ich kenn die Map überhaupt nicht, was soll ich jetzt sofort als Propp? Was soll der Scheiß? Wir haben ne Fernbedienung, die ist voll unauffällig. Ja, damit kannst du voll in die Welt rumglitschen. Die Maus ist besser. Kann es natürlich auch alles andere sein. Am besten ein Fass mit Industrieabfällen. Radioaktivem Zeug. Ganz unerfällig. Ich bin schon wirklich ganz alt rum. Es gibt zwölf Fässer, weißt du? Oder mehr sogar, ich weiß es jetzt nicht auswendig. Also man sollte sich dann bei solchen Sachen einfügen, weil, hallo die Fernbedienung, man kann sie nicht töten. Lass doch mal auf damit. Man kann, würde ich behaupten. Man kann, ist das Arsch. Alter, jetzt schon die Granate verschwendet. Achso, ausdach, jetzt schon wieder ab. Was willst du tun? Alex ist dahinter, Alex ist dahinter. Nein. Wo ist denn Gott jetzt? Ich sehe ihn aber nirgends. Der war gerade dahinter, ich habe ihn gesehen. Nein, er ist einfach mal AFK, bis der Kerl hier aufhört rumzuscheißen. Unter dem Ding oder er ist abgehauen, eins von beiden. Ich vermute, dass er abgehauen ist eventuell. Er muss nachladen, er muss nachladen. Nein! Nice! Der war wirklich n Fass. Muss ein Run gewesen sein. Ja klar. Guter Platz. okay ich habe irgendjemand gerade taunten hören und nein das kann ich wünsche mit den nächsten ton ja er ist da noch ist er lebt denn noch was vorher die granate rein und peppy lebst du auch nein ich bin tot ich habe mir ein wirkliches spiel mit bedochen geliefert ich glaube die haben die übrigens ich würde da mal aus diesem aufpassen dass ich nicht wieder die auch damit fast erwischt ich glaube in dem raum der eingezäunt ist das glaube ich ich hab dich voll erwischt man ja das ist der problem an der fernbedienung das legt mich auch auf dass ich den dreck abschließen wollte ich habe tausend mal getroffen blut hat gespritzt aber nur die andere seite werde ich habe ihn gesehen er läuft er läuft total schlecht gewesen wenn ich eine fernbedienung gewesen wäre ja ziemlich wo liegen die fernbedienung rum ach scheiße nein geht doch so wer fehlt noch so einer in dem raum der eingezäunt ist geht an die an die ecke man kann sogar oben hin wenn man gut ist aber da muss man sehr gut sein und den guten tonel pro partner haben kann man über seine kollegen und bewacht jemand die ecke ich bewasser okay guter platz guter platz ja nur ich kann hier irgendwie nicht stillhalten jetzt ja das kotzt mich auch an ich höre ihn doch der ist hier hinter uns alter hinter euch? die kriegen mich hier nicht ne ihr findet ihn nicht never das geht nicht ey ihr lauft knapp an ihm vorbei ihr beiden ich glaube er ist vielleicht auf der anderen seite des sounds möglich ihr seid ganz knapp an ihm vorbei ey ganz knapp ja jetzt ist er draußen wir müssen was umschmeißen damit wir da wieder hochkommen der ist schon wieder der ist schon wieder hier im komischen umgefallenen container so den hier umschmeißen und dann duckjumpen wie ein pro ja der ist hinter dem container hat noch einer eine granate übrig ja gut musst du aber perfekt ziehen ich hab nope gesagt achso nope also wir merken uns es gibt plätze die sind einfach unfair dann würde ich mal sagen dass du da raus gehst weil wenn wir dich da nicht erschießen können hallo das bin ich ja mit einer granate könnte man wir haben aber keine mehr wo ist er denn? das ist schlecht ne? ihr habt zwei granaten auf mich abgefeuert das ist gut eine ich lecke ihn dann auch nur ein auf mich wo ist er denn? irgendwo da drunter soll er angeblich sein ja da war ich vorhin auch drunter und ich konnte ihn nur mit der granate killen ja aber von der richtung da läuft er er rennt weg er rennt weg wir können abtöner shotgun raus scheiße da hinten läuft eine scheiß maus in der gegend rum läuft es immer noch ja hier da ja 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 endlich mal nein fucking windows mäuse ganz ehrlich fucking joink also wenn die team swappen dann muss ich immer wieder escape drücken weil sonst wer hat die fernbedienung weggeschleudert? äh ich hab ne fernbedienung alter du bist der rius das ist doch irgendwie scheiße wenn jeder fernbedienung ist ähm echt so hä? das ist grandios ich würd ganz gerne mal wissen wo die liegen grandios ich mach jetzt ein paar gefährliche tests wenns dumm läuft ne ich schaffs nicht ok ok muss ich mir schnell noch einen Schlag suchen wir sind unter dem container ich hab mir noch einen platz gesucht als der erste schon in meiner nähe war voll nice ah gefällt mir ist wieder jemand unter dem container ich verschwende jetzt hier meine granate für also ich bin nicht unter dem container nein ja auch nicht bin ganz offensichtlich kontrolliert die kisten ne nicht die kisten kontrolliert die ah wie heißen die teile nochmal besser besser mach das immer mit sprung kicks das hast du dich umaßen arsch knapp gerade also ich habe nix gesehen aber ich habe alle drei spieler gesehen lustig vos ha gut wollen wir euch mal taunten ihr traurigen ja hallo hier ist einer fuck Ich bin so am abraven. Wo ist einer? Die ravigste Fernbedienung auf dem Planeten. Ich hab die fucking Musik. Da steht Qubi, diese Mist gemacht. Das ist schlecht. Einer von uns hat den langen Taunt, der andere. Ah, das ist gut. Jungs, ich sehe... Nee, wer tot ist, könnte mal kurz zu mir rüber gucken. Ja, Berdo, ich sehe zwar dich, aber keine Dinge, aber keine... Ja, dann drück mal aus der Face. Blacky, hast du nicht gesagt, es ist arschwer, da wieder rauszukommen aus dem Zeuntenbereich? Hä? Wie? Nö. Oh, ein Du-Missgeburt. Es ist nur schwer, da rauszukommen, wenn du, wenn du Hunter bist. Ich bin ab Pipskarts einfach rausgekommen. Was bist du? Ja, stell dir mal vor, hier, was bin ich wohl? Boah, wie dreckig. Ich bin absolut unsichtbar für die. Das ist gut. Wie dreckig. Absolut, absolut unsichtbar. Ja. Das ist natürlich ungut. War er hier in der Ecke oder was? Wer der scheiß Taunt nicht gewesen? Hey, hey. Ich bin absolut unsichtbar für die. Aber echt, wer der Taunt nicht gewesen? Aber ich hab erst gedacht, ich war ein Spectator gewesen, der den Taunt noch hatte. Und sich einfach die Ecke verdrückt hat und einfach so... Ist hier was? Nee, solche Cheatereien machen wir nicht. Nur wenn nur noch einer von uns übrig ist und einer hat einen langen Taunt, dann ist der nicht bei dem Probe. Können wir mal jemanden sagen, wo man jetzt die Maus oder so findet? In dem Raum 3. Äh, nee, äh, Raum Nummer... Warte. Ich find das so geil, ich bin die ganze Zeit am selben Platz. Ja, korrekt. Läuft echt gut. Ja. Ich mein, das war schon letztes Mal, als ich das gemacht hab, ein fantastisches Versteck, aber dieses Mal hab ich das bessere Prop dafür. Das ist immer noch der lange Taunt. Der lange Taunt, den ignoriert er am besten. Genau, der ist von Birdokin. Ach, hier ist eine Maus. Kann ich nicht abschalten. Ja, okay, ich weiß jetzt, wo die Maus ist. Kann man das eigentlich einprogrammieren, dass der Taunt nach dem Sterben weg ist? Vielleicht, ich weiß bloß nicht wie. Sucht mich Jungs, gleich kriegt ihr sogar einen Taunt von mir. Ja. Ich muss erst mal raus und taunt. Es ist eine Minute und bitte öfter. Was ist falsch mit dir? Bist du in dem Raum, wo viel Dreck ist? Do you know? Oh, es gibt viele Räume mit viel Dreck. Ah, am Anfang. Der einen Seite hier ist, wo nur ein einziger Ausgang ist. Also ich gebe keine Tipps, dafür taunt dich immer mal wieder. Dann taunte bitte. Also du kannst dich kräftig taunten, weil es ist fast zu Ende. Jetzt nicht. Doch. Und da. Ab dann. Jetzt kannst du wieder. Ne, noch nicht. Das Problem ist, ich habe schwer weg zu laufen, wo ich bin. Weißt du? Deswegen kann ich gerade nicht. Letzter Taunt. Das letzte Mal, als ich mich irgendwo versteckt habe, wo du es nicht gefunden hast, musste ich es auch sagen. Da hast du was von Spielerehre gefaselt. Okay, dann. Ich war bei diesem Posten, wo die Schranke ist. Echt? Ach so. Da seid ihr zehnmal vorbeigegangen. So billig. Das ist wirklich billig. Das ist nicht mal ein Versteck eigentlich. Weil durch. Aha. Ich war doch nicht versteckt. Fall jetzt um. Ja. Nein. Nein. Ich glaube einer von denen müsste noch im Raum sein. Ich will was versuchen. Wie auch immer die Maus hier ist. Ich finde es ganz krass anders, dass man an das versteckt, wo ich gerade bin. Ich will hier hoch. Versuchs auch. Wie macht man auch eine Taschenlampe an? F. Ich habe jemanden gehört hier in der Nähe. Schei... Nein! Ich war oben! Nein! Ah fuck it! Da wirklich schlicht da hochzukommen. Als Taunt vor allem. Fuck! Ah! Vor allem als Taunt, nicht als Pup! Ja! Als Pup! Aber wir müssen aufpassen, ich lasse jetzt vielleicht jemand hier reinkommt. Sieht doch so aus, als ob wir nicht mehr in dem Raum am Anfang werden. Wir müssen uns beeilen! Ja! Nein! Renn! Raus hier! Renn! Nein! Oh! Nice! Double kill! Scheiße! Vorher haben wir irgendwie festgepackt. Das ist sehr gut. Das ist sehr sehr gut. Jetzt haben wir eine übrige Granate, also keine Granate verschwenden. Ich wollte gerade taunten, aber jetzt scheint es mir auf einmal gefährlich. Was? Granate verschwenden? Okay? Ich inspiziere gerade mal eben die Fässer. Wie wird eigentlich generiert, was für ein Song kommt? Je nachdem, wie viel Zeit schon vergangen ist? Absoluter Zufall. Warte, hat jemand was von Granate verschwenden gesagt? Ja bitte nicht! Bitte! Was kriege ich? Einen Kuss. Oh! Ey, aber ein schmatzigen, okay. Also wir fassen zusammen. Richtig feuchten Schlattern. Aber Peppy auch echt nice. Gut, kein Fass soweit. Mal gucken, ob einer in den Ecken ist, so wie vorher. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Oh, okay! Taunte jetzt! Nils, da kommt man leider nicht als Prop hoch, das habe ich eben versucht. Als Hunter. Ne, jetzt Hunter warst du ja gerade oben. Ne. Also wenn wir nicht gar so nah dran sind, dann wäre es schon mal nice, wenn du taunten würdest. Ich bin mir nicht sicher, wie nah ihr dran seid, muss ich ganz ehrlich sagen. Glitsch dein View aus, das müsstest du eigentlich sehen. Weißt du was? Beim nächsten Mal wechsle ich zum Pf... Ah ne, es geht ja nicht, dann kann ich... Fast sicher. Ach Gott! Das war ne Verschwendung. Jetzt haben wir nur noch eine und das ist meine. Also, in schlechten Händen. Jungchen taunte mal. Becky, wenn ich du wäre, würde ich jetzt rechts klicken mit der SR. Warte, 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 ich guck, ich guck, wo ihr seid. Ja, okay, jetzt kann ich taunten. Nochmal? Nö. Ach, komm. Das war jetzt ein Taun. Becky, wenn du inno bist, machst du jetzt rechts klicken mit der SR. Piep einmal! Piep! Ich weiß nicht, irgendwie ich habe ihn gehört, aber... nicht... nicht gesehen. Da ist er auch nicht drin. Er ist hier beim Auto, glaube ich. Glaub ich nicht. Aber ist Auto verschieben? Fuck, ich bugge. Oder auch nicht. Was noch fehlen wäre, wäre ein Tropan, dass die Seeker, die... Die Suche, ja. Ja, die Suche eben. Noch einen Magnetostick haben. Da könnte sich eine Treppe irgendwo hinbauen, wenn es sein müsst und mit Gegenständen sogar schmeißen. Ja, das wäre witzig. Weil einfach so... Erstmal alles wegschmeißen. Peppy. Alles auf einen Haufen. Und dann einmal... Peppy, jetzt fang an zu taunten, g'scheit. Irgendwas war... Irgendwas war... Ich... Den habe ich gerade sogar selber nicht gehört. Taunt. Was war denn das? Es ist eine Minute. Peppy, taunten. Es gibt doch die Regel, dass man nicht taunten muss, wenn Leute nicht in der Nähe sind. Hm. Da... Komm schon, Peppy. Wirklich. Der ist eine Fernbedienung unter dem Auto. Das ist eine Fernbedienung unter dem Auto. Echt jetzt? Ja, die trifft man nicht. Ja, die trifft man nicht. Okay. Ja. Das ist eine Granate. Das ist eine Granate. Fuck. Wahrscheinlich ist er davon. Nein, er ist auch da. Oh Mann, ich will auch nicht einen taunt. Ich loslauch. Was ist wrong with you? Ja, ne, den triffst du nicht. Den triffst du mit keiner Waffe. Ich habe ihn im... Im Blick. Vorhin ist er einfach... Laser. Ja. Der ist weg? Ja. Der ist weg wahrscheinlich, ja. Jetzt hast du ihn auch noch verraten, dass wir Mäuse sind. Nein. Obwohl wir ja eigentlich Flaschen sind. Aber... Okay, wir suchen nach Flaschen, also die Mäuse sind. Flaschen, die Mäuse sind. Mäuse sind ja Kartoffeln. Und dann Chuck tiempo... Dämpen nicht mehr zu schauen. sofort zur Verfügung. Derzeit für ihn. Eisch. Wo?